Ich persönlich finde es ein beruhigendes Gefühl, dass wir heiraten könnten, wenn wir denn wollen. Also theoretisch, ja. Theoretisch. Meine Ewigkeit später. Wir haben nämlich, was wir verkündeten, würden Sie gerne einfach gerne darauf hinweisen? Wir heiraten. Ich habe keinerlei sexuelle Fantasien in Bezug auf Klaas, wo oben läuft. Das darfst du nicht lügen, das darf man nicht sagen. Get a room. Willst du mir ein Gefeind tun, Klaas? Ja. Den ich jetzt ausmache, ne? Okay. Irgendwie ein bisschen gay. Und am Ende des Tages summiert sich all diese Menschen dann tatsächlich in etwas auf, was dich angeht. Und ich bin hier einfach... Nooo! Nooo! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, and you just can't get into it, because they would never understand. Ja, du musst dich halt anmachen, ey. Du musst halt so... Dann darfst du ja nicht den Knopf sehen hier von deinem... Ich seh das selber ja nicht. ...von deinem Hemd da. Szenen an der Ehe. Ja. Ich hasse dich von diesem Tag offiziell. Das war dann wohl nicht sehr erfolgreich. Klaas, ich liebe dich. Klaas, ich liebe dich. Klaas, ich liebe dich. Offenbar nicht. So weit, wo's geht? Ey, Digger, ich mach das doch nicht, ey. Das ist für dich zu hoch. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Wir beide haben das Wochenende miteinander verbracht und gleich wird der Klaas wieder zum Abendessen. Ja, sicherlich nicht. So schwul ist es auch noch nicht, ne? Also, wenn wir die da hören, dann auch mal ein bisschen auf, ne?